Dieser Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der blaue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 40.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt einer Leistung von 140 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.